Ihr seid gerne uns als eklige Sklaven. Flüchte, Mr. Moore, flüchte. Meine Handschuhe. Verdammte Hexen, sie setzen schwarzen Magie gegen mich ein. Egal ob sie euch halt die Handschuhe. Die Zeit, die Schlammer, wie begraben. Man merkt schon, dass jetzt das Ding abbricht. Das ist ein Herzteil. Richtig. Hast du Samen dabei? Ja, habe ich immer. Ich meine jetzt nicht im Sack. Ah, ne, die habe ich nicht dabei. Na, schade. Wie wäre es, wenn ich jetzt wieder alles so zukunftsmäßig mache? Sieben Jahre in die Zeit, bitte. Ohne zu gucken. Link ist übrigens zehn Jahre alt und wenn er groß ist, ist er siebze. Ich dachte, der ist sieben Jahre alt. Ne, ich habe... Sieben wäre doch ein bisschen sehr jung. Nein, er ist zehn und in der Zukunft ist er siebze. Ich komme als Vollzeitpubertärin, ein Jugendlicher zurück in die Zukunft, voller Päcke. Ah, schön. Die Steine, die ich vor sieben Jahren hier hingepackt habe, sind immer noch da, weil ja immer noch die Zeit ist, ha? Ne, zu der Zeit hast du sie ja gerade erst da hingepackt. Hm, habe ich doch gesagt. Ja, also ist ja... Ein Schwert. Oh, wo kommt das denn her? Wenn ich das Schwert ziehe, beginnt mal eine lange Reise und ich muss in den Waldtempel. Genau. Okay, auf geht's. Nächster. Ich musste mal so schneiden. Endlich habe ich's erwischt. Ich muss sagen, der Geistertempel ist echt behindert. Ja, ist er auch. Warum schickst du mich denn da hin? Schon allein die Musik da, die mag ich nicht. Warum schickst du mich denn da hin, du Vogel? Ich schick dich ganz so anders hin. Oh. Ähm, ja. Guck ich mal, was haben wir denn hier? Das Schild benutze ich eh erst das andere, wenn ich auch das Schild wirklich gefunden habe. Ist ja logisch. Mhm. Das wäre nur fair. Ich weiß gar nicht mehr, wo man die Eispfeile herkriegt. Ich weiß wo. Wo denn? Da musst du die Prüfung der Gerudo bestehen und diese Schlüssel sammeln. Willst du mich verarschen? Nein, warum? Musst du wirklich? Du musst so eine Prüfung, so eine Arena bestehen und musst du sieben Schlüssel insgesamt sammeln. Ah, die Arena. Ah, genau, die Arena. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Das wusste ich noch. Und die Lichtpfeile bekomme ich auf jeden Fall von Prinzessin Zelda. Das ist wahr. Ja, mehr ist das nicht. Und ich bekomme im Ganandorfschloss noch weitere Handschuhe, die ich brauche, um das riesige Steinding wegzumachen, um an die Fee zu kommen. Nein. Doch, wirklich, ist ohne Scheiß so. Nein. Ich habe es doch in einem Video gesehen. Ehrlich? Ja. Nein. Kennst du mit Loops like Link? Nein. Ich auch nicht. Das war nicht so. Dachte ich aber, da habe ich irgendwas falsch gesehen. Wahrscheinlich. Aber ich habe das gesehen mit den Eisfeilen da. Das wusste ich noch mit den Eisfeilen da. Ich bin Gott. Schieb. 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 Ich schieb die ganze Türkei. Ich schieb die Türkei. Yay. Auf geht's in den... Warum nehme ich nicht einfach meine Bomben? Wollte ich gerade sagen. Ich bin... Alles loch. Nehmt ihr mal noch. Ey du Wichser. Ich habe dir auch nicht seinen Kopf. Ich muss mal um die Zeitung austragen schon wieder. Ich nicht. Ich habe nichts geöffnet. Guck dich doch mal um. Und? Hör. Ich bin ja nie raufgekommen. Den hat man grad schon im Bild gesehen. Ich nicht. Ja, ich aber. Lach dich doch nicht drauf. Ja, ich aber. Obwohl... Heute hat mir jemand unter meinem Minecraft-Video gesehen, dass man am oberen Rand einen Creepern langlaufen sehen kann. Den hab ich nicht gesehen. Hab ich doch mal nachgeguckt und so? Jau. Ich hab's gedacht. Laufst du, das schaffen wir noch. Ich weiß nicht. Sehen wir dann. Wenn du dich nicht ganz so dämlich anstellst. Du, Pussy. Du musst nur wissen, wie ich da oben hinkomme. Weißt du wie? Ja. Ah, ich hab ja Schwebestiefel noch. Die darfst du aber noch nicht einsetzen. Äh, warum? Weil ich sie ja eigentlich noch nicht hast. Ich war doch schon im Geistertempel. Ja, aber du hast sie noch nicht. Natürlich. Ich hab sie. Wie? Ja, du kannst aber hier enterhaken. Hab ich jetzt vergessen. Vielleicht. Lass das. Ich hab sie doch. Lass das. Du fällst runter. Lass mich. Fang Haken. Nein. An die Kiste, ne? Ja. Ja, da komm ich doch nicht drauf. Warte doch. Haltest du schon wieder mit mir? Mann, merkst du doch, bist du doof? Nein. Karte, 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 Karte. Komm was? Hab ich schon ne Karte? Ja, du hast schon ne Karte. Achja, stimmt. Kompass, Kompass, Kompass. Oh. Ich hab alles schon, außer dieses lustige Schild. Das zieh ich erst an, wenn ich's auch wirklich bekommen hab. Genau. Dann hol ich mir eine... So, ähm. Das lebt ja schon wieder. Egal. Und hier kriegen wir, denk ich mal, den Schlüssel. Ja, muss ja. Oh, lustig. Lustig, lustig, tralalala. Muss doch das Ding bekommen, muss ich immer nur... Ja, muss ich, warte mal. Anlauf holen und... Weiii. Oh, wenn du diesen... Sprung dabei machst, dann springst du nicht so weit, wie wenn du normal springst. Ah, doch, eigentlich schon. Aber nicht, äh... Ja, nur wenn du aus ner höheren... Höhe fällt. Aber nicht, wenn das so nie ist. Bock, das geht auch nicht. Die die Stiefel an, verdammt. Du bist auch ne Pussy, ey, du weißt gar nicht. Wie viel muss ich euch sammeln? Ja, die fünf. Glaube ich. Oder ich mach das so, ich spiel hier das lolleste Lied. Ja, mach das mal. Ich will mal gucken, habe ich das überhaupt, das Lied? Ja. Ja, natürlich hast du das, du hast alle Lieder. Oh, das ist das falsche. Ich wollte das von der Kathedrale machen. Ah, Hymne der Zeit. Da. Wieder ein neues Lied, was ich mir merken muss. Ähm. Betonung auf neu, ne? Ja, ich kann mir sowas so schlecht merken. Da. D Tobira. D Tobira, warte. D Tobira, «Dööööööööööööööö» «Sei doch mal ruhig» «Dööööööööööööööööööö-öööööööööö» «Rechta, unten, rechts a, unten», «Sei doch mal ruhig.» «Es ist falsch» «Rechta, unten, rechts a, unten» «Ich kenne das auswendig» «Warte doch mal, jetzt sei mal ruhig mit dem eben» Rechts A unten Da 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 Rechts A unten Rechts unten